Guten Tag, guten Tag an alle. Wir sind heute sehr pünktlich. Wir freuen uns alle begrüßen zu können und begrüßen zu dürfen bei unserem heutigen Meeting. In unserem italienischen Chat haben wir mittlerweile 88 Teilnehmer. Es ist die Zahl, die Glück bringt. Die Teilnehmerzahl steigt langsam an und ich denke, wir können beginnen. Auf unserem heutigen ersten Slide sehen Sie den Spruch. Heute verdienen oder sich passives Einkommen für morgen sichern. Bitte setzen Sie eine 1. Wer glaubt, dass es besser ist, heute zu verdienen oder setzen Sie bitte eine 2. Und setzen Sie bitte eine 2, die der Meinung sind, dass passives Einkommen morgen viel besser ist. Also, ich sehe schon, in den Chats kommen 2er, aber auch 1er. Und eben deshalb, um dieses Thema zu behandeln, um die Notwendigkeit unserer Arbeit Ihnen nochmal klarzumachen, möchte ich darüber berichten, wie meine Arbeitswoche verläuft. Und in einer Woche führe ich eine Reihe, also sogar viele Webinare in der ganzen Welt durch. Gestern haben wir zum Beispiel ein internationales Webinar gemacht mit Partnern mit Gehörstörungen. Ich danke Francesca Canoni, sie ist verantwortlich für diesen Bereich. Die Teilnehmer haben sich bei uns bedankt, sie waren sehr zufrieden. Aber der Sinn dessen, was ich Ihnen erzählen möchte, ist der folgende. Während der Woche bin ich mit ganz vielen Menschen in Kontakt und ich kann mich mit ihnen vergleichen. Neben Menschen, die in unserer Gesellschaft arbeiten, treffe ich Menschen sozusagen aus der äußeren Welt. Denn natürlich, wenn ich Zeit habe, versuche ich neue Termine anzuordnen, zu organisieren. Denn gestern konnte ich mich vergleichen mit einem Experten des Netzwerk-Marketings, mit der Person, die seit vielen Jahren im Netzwerk-Marketing unterwegs ist. Und ich war ziemlich betrübt, weil ich immer Menschen vorfinde, die bisher bis heute nicht genügend verstehen, was die finanzielle Freiheit bedeutet. Trotz des Umstandes, dass es heute ziemlich viele Menschen gibt, die durchaus viel arbeiten, in diesem Bereich, in dieser Branche unterwegs sind, verstehen die Menschen oft nicht, wo der Unterschied liegt zwischen Verdienst und passives Einkommen, das Tier zur finanziellen Freiheit bringen kann. Das ist äußerst wichtig, denn Sie müssen sich in diesem Thema wirklich gut auskennen. Ich bedauere natürlich sehr, dass ich häufig hören muss von vielen Menschen, dass ein großer Teil unserer Strukturen, der Menschen, die an unserem Bildungskurs teilgenommen haben, auch diejenigen, die Jugendprüfung erfolgreich passierten, es deshalb nur machten, um bestimmte Punkte einzukassieren. Ich erkläre das. Die Punkte, die heute nur, wie gesagt, Punkte sind, die wir an die Menschen überwiesen haben, die das beste Ergebnis erzielt haben. Und zwar mit einem guten Ergebnis. Und morgen besteht die Möglichkeit, vorausgesetzt, dass die Firma und U-Gain-Projekt Erfolg bekommen, umgewandelt werden können in U-Gain-Token. Natürlich werden wir alle unsere Pläne umsetzen. Das ist unser Ziel. Wir sind darauf konzentriert. Wir wollen ein gewisses Ökosystem der Firma schaffen und der Kunden, die unsere Kryptowährung benutzen werden. Deshalb stelle ich mir die Frage, vielleicht habe ich es nicht vermocht, die Wichtigkeit dieser Bildung Ihnen zu erklären. Vielleicht war ich nicht so gut, die Wichtigkeit unseres Projektes allen klarzumachen. Vielleicht ist es an der Übersetzung, dass man es vielleicht nicht so gut verstanden hat in anderen Ländern. Was führt nun zum Erfolg heute? Was bedeutet es heute zu verdienen und ein passives Einkommen morgen zu haben? Welches Instrument kann Sie dazu bringen, absolut frei und finanztechnisch unabhängig morgen zu sein? Heute übernehme ich die Verpflichtungen und ich werde heute vielleicht ziemlich knallhart sein bei meinen Ausführungen, aber ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich allen heute erzähle über den Unterschied zwischen Verdienst heute und der Verwendung von Systemen und Instrumenten, wo natürlich gearbeitet werden muss. Es müssen natürlich Ziele und Ergebnisse erzählt werden, aber ich bekomme ein Einkommen morgen, um im Endeffekt zur finanziellen Freiheit zu gelangen. Ich fühle mich heute verantwortlich gegenüber allen in Bezug auf die Themen und auf die Wichtigkeit der Erklärung des Hygienprojekts. Ich möchte nun, dass jeder von uns das Wichtige sich verinnerlicht. Es gibt Menschen, die die Prüfung nur deshalb bestanden haben, um an Punkte zu kommen, die vielleicht morgen umgewandelt werden in Hygien-Token. Das ist nicht so korrekt. Wir arbeiten von Anfang an in diesem Projekt an unserem Bildungskurs, damit ihr Leben andere Farben bekommt, damit sie echte Geschäftsleute werden können, echte Profis im Bereich Marketing. Das war unser wichtiges Ziel, das wichtigste Ziel. Wir wollen Profis generieren, Menschen, die morgen absolut frei in ihren Ausgaben sein werden. Sie werden entsprechende Ergebnisse erzielen können. Wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, die diese Denkweise haben. Wir werden nichts mit Menschen erreichen können, die die Prüfung nur deshalb abgelegt haben, weil sie Punkte zugerechnet bekommen wollten. Diese Punkte kann man vergleichen mit den Punkten, die sie in den Supermärkten bekommen bei der Einkaufsaktion. Wenn sie an der Kasse landen, verstehen sie, dass ein Preis nicht ohne weiteres ausgehändigt werden kann. Also man muss darauf noch zahlen. Was kostet dein Diplom? Was kostet dein Zertifikat, wenn du nicht verstanden hast, wo der Unterschied liegt? Wie kannst du zu den Ergebnissen kommen? Du hast Zeit investiert, aber ohne das richtige Verständnis bekommen zu haben. Bestätigen Sie mir bitte im Chat, wenn Sie meinen Gedanken verstanden haben. Setzen Sie bitte eine Zehn, wenn Sie verstanden haben, was mir so am Herzen liegt, was ich mit meinen Ausführungen meinte. Wunderbar. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Vielen Dank für Ihre Aktivitäten im Chat. Ich möchte mich vorstellen, vielleicht gibt es hier Teilnehmer, die mich das erste Mal sehen und hören. Mein Name ist Dragos Stancho. Ich bin Vertreter der Strategieabteilung Evoritsch. Ich bin Direktor der Akademie für Privatinvestoren in Italien, Koordinator des Projekts Globales Investitionsportfolio, Präsident im Rahmen des Partnerprogramms Multilevel Crowd Investing. Ich bin Projektleiter Eugen, Leiter des Projektes, das wir heute mit Ihnen besprechen werden. Ich bin darüber hinaus noch zertifizierter Trainer des Trainings Master Profi und Moderator von Genie der Finanzen. Ich bin Mitglied der Vereinigung General der Welt für den Frieden, denn es ist auch wichtig, dass wir uns mit diesem Aspekt beschäftigen. Ich bin internationaler Sprecher, Leader des Unternehmens in Italien, professioneller Investor und Profi-Unternehmer. Nächste Folie bitte. Und wir wollen damit beginnen. Wir wollen beginnen mit einer sehr wichtigen Basissache. Was ist U-Gain? U-Gain ist eine digitale Plattform für KMU, Einkaufszentren und Netzwerke, die Unternehmer und Verbraucher zusammenführt. Es können Bars sein oder es können Bars sein oder Einkaufszentren, Shoppingmalls oder andere Zentren für Waren und Dienstleistungen. Wir stellen eine Verbindung her. Unsere Applikation, unsere App ist ein Instrument, das die Wichtigkeit von Kontakten und Kommunikation zwischen Unternehmer und Verbraucher betont. Und der Schlüssel zum Erfolg unserer Applikation, das, was unser Angebot einmalig, einzigartig macht, ist gerade das, dass wir in der Hand schlüsselfertige Lösungen haben zur Automatisierung der Kundenakquise. Um mein Geschäft erfolgreich zu machen, brauche ich direkte Verbindung zu all den Menschen, die Kunden bei mir sind, die von meinen Dienstleistungen Gebrauch machen oder von meinem Produkt. Wie kann ich Kontakt halten zu den Menschen, die bei mir im Laden vorbeischauen? Vielleicht sind das Touristen, die ich nie wieder sehe. Aber überlegen Sie sich, dank unserer Applikation können wir es fortsetzen, unsere Kontakte, unsere Bezüge zu pflegen. Den nächsten Folien können Sie entnehmen, wie das gemacht werden kann. Ich mache das Angebot. Ich biete eine Dienstleistung an, die keiner ablehnen wird. Haben Sie sich gefragt, Menschen, die irgendeinen Rabatt bekommen, wollen Sie diesen Rabatt, wollen Sie diesen Preisnachlass bekommen? Dann setzen Sie bitte eine Eins, die meinen, es ist so und setzen Sie eine Drei, wenn Sie meinen, dass einer keinen Rabatt will. Ich möchte hinzufügen, auch reiche Menschen wollen Preisnachlässe, Preiszugeständnisse bekommen. Ich werde diese Preisnachlässe über unsere Applikation anbieten. Sie müssen diese App herunterladen und so haben Sie gleich die Möglichkeit, weniger zu zahlen. Sie werden die Situation haben, wo Menschen gleich registriert werden und es bietet sich für Sie sofort die Möglichkeit, weniger zu zahlen. Wenn Sie ein zufälliger Kunde bei mir sind, wenn Sie noch einmal bei mir einkaufen und nie wieder kommen, denn Sie sind ein einfacher Tourist, Sie sind in meiner Stadt das erste Mal und vielleicht das letzte Mal, Sie kommen zurück in Ihrer Heimat nach dem Urlaub, aber Sie können weitermachen. Sie können diese Applikation in anderen Einkaufsstätten, in anderen Geschäften verwenden, die sich dem U-Gain-System angeschlossen haben. Das ist unser Produkt, das ist das Projekt U-Gain. Und das bedeutet sehr, sehr viel. Das ist ein großer Wert dieses Projektes auf dem Markt. Es gibt eine Vielzahl von Optionen. Um sich damit auszukennen, sollen Sie an den Bildungsangeboten teilnehmen, denn wir wollen mit Profis arbeiten. Gehen wir zu der nächsten Folie über. Was können wir Firmen und Unternehmern bitten? Was bekommen die Firmen und Unternehmen von unserer Zusammenarbeit? Leichteres Business Management. Was bedeutet das? Natürlich verwalten wir unsere Firma. Wir verwalten sie so, wie wir es für richtig halten. Wir haben einen bestimmten Führungsstil. Unsere Applikation wird es ermöglichen, die Verwaltungskomponente zu vereinfachen, zu verbessern. Und die Anwendung dieser App wird es möglich machen, dass Sie unser Produkt mit größerer Passion verkaufen. Sie können auch Ihre Produkte über unsere Applikation vertreiben, online. An all die Menschen, die Sie kennengelernt haben. die Sie persönlich vielleicht nie getroffen haben. Zum Beispiel der Mensch ist aus Australien nach Italien gekommen, um mein Land kennenzulernen. Denn mein Städtchen ist zum Beispiel eine der schönen Städte in der Klassifizierung der touristisch attraktiven Orte Italiens. Also mit dieser Applikation besucht der Gast mich, ist bei mir zu Hause, kommt mit seinem Smartphone, mit seiner Applikation zurück in die Heimat nach Australien, findet dort unsere Partner. Wir haben auch in Australien unsere Vertreter. Vielleicht wieder mein italienisches Produkt in Australien später wird er bekommen wollen. Vielleicht wird er die Ware von mir verkaufen wollen. Wir verändern dadurch die Welt. Es war ganz einfach. Ihre Tätigkeit kann sich grundsätzlich verändern, kann eine neue Ebene erreichen, dank der Applikation für das Business. Ja, diese Projekte, wenn sie in Eigenregie durchgeführt werden, fordern unheimlich viel Zeit und Investitionen. Wenn sie bereits einen Kanal der Kommunikation zum Kunden haben, haben sie schon eine gigantische Vorteilsgeschichte. Wir sorgen für die Loyalität der Kunden. Das ist der Punkt vier auf unserer Folie. Der fünfte Punkt Cross-Marketing. Was bedeutet das? Das ist auch eine weitere fantastische Möglichkeit von YouGain Business. Wir bekommen dadurch die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten mit anderen Unternehmen, Unternehmen, die in ihrer Nähe sich befinden und arbeiten. Auch die können registriert werden in unserer App und sie können mit ihnen gemeinsam Projekten teilnehmen. Zum Beispiel, sie haben ein Restaurant, aber gegenüber der Gaststätte befindet sich ein Bekleidungsshop. Nicht immer entscheiden sich meine Kunden dafür, dass sie dort einkaufen und im Gegenteil nicht immer essen die Besucher des Bekleidungsshops bei mir. Wenn wir aber kommunizieren und zusammenarbeiten über YouGain Business, wenn wir Angebote von Cross-Marketing erstellen, werden wir nicht nur unsere Aktionen und Promotions in Aussicht stellen, nicht nur für unsere Preisnachlässe in der konkreten Woche Werbung machen. Wir würden all das zeigen den Kunden und zwar nicht nur in unserer Gaststätte, sondern auch in der Gaststätte in der Einrichtung, mit der ich einen Vertrag über Cross-Marketing habe. Das ist natürlich eine wertvolle Aufgabe. Lasst uns den Punkt Nummer 6 anschauen. Der ist auch sehr wichtig. Sie bekamen die Möglichkeiten passives Einkommen zu initiieren, passives Einkommen zu organisieren. Ich wollte Sie aufmerksam machen heute gerade auf die Schaffung des passiven Einkommens und auf den folgenden Folien werden wir uns dieses Thema genauer anschauen. Wenn ich passives Einkommen habe von der Tätigkeit, nicht von meiner Arbeit, nicht von meiner Haupttätigkeit, dann kann ich meine festen Kosten reduzieren. Und so verringere ich meine Probleme. So verringere ich meine Schwierigkeiten. und gerade das ist das Motto unserer Applikation. Verdienen Sie ohne Schwierigkeiten, verdienen Sie ohne Schmerzen. Indem Sie Fixkosten reduzieren, verbessern Sie die Verwaltung Ihres Business und Sie geben immer mehr Bedeutung unserem Business und Sie haben die Möglichkeit noch mehr Zeit zu schenken der Promotion unserer Produkte. Wir haben immer mehr Möglichkeiten mit unseren Kunden zu kommunizieren. Wir können Ihnen hervorragende Dienste anbieten. Wir können die Anzahl von Kunden steigern. Was passiert, wenn wir es tun? Wenn wir es tun, wird der Umsatz stärker und die Schöpfung des Umsatzes ist heutzutage vielleicht das Wichtigste, denn das macht uns möglich, dass wir über Wasser gut halten in diesen schwierigen Zeiten, denn um uns herum ist der Markt ja keine Fehler einem verzeiht. Wenn du unserer Firma einmal glaubst und vertraust, wenn du alles lernst, um mit unserer App zu arbeiten, nicht um Punkte zu bekommen, die später zu Eugen Token vielleicht umgewandelt werden. Ich erkläre noch, warum ich sage vielleicht. Wenn du aber dafür lernst, um ein echter Profi zu werden, wenn du verstehst, wofür diese Instrumente erforderlich sind, was erforderlich ist, um erfolgreich zu werden, das ist eben die Bedeutung unserer Applikation. Unsere Software kostet Tausende und Abertausende von Dollar. Sagen Sie mir, wie Sie, was meinen Sie, welchen Preis könnte man verlangen für die Dienstleistungen der Applikation Eugen Business. All die Möglichkeiten, die Sie hier sehen. auf dieser Folie. Wie teuer könnte das auf dem Markt sein? Ihrer Meinung nach? Was wie teuer könnte eine solche Möglichkeit sein? Manche schreiben 3000, manche schreiben 15.000. Ja, ich denke, mindestens hat man davon einen Vorteil von 3000 Dollar im Jahr. Denn all die Optionen der Statistik, der Möglichkeiten der Befragungen, die sind ja auch gewährt. Wenn sobald Sie anfangen, diese App zu benutzen, verlieben Sie sich in die genauso stark, wie ich das mache. Deshalb spreche ich so motiviert. Ich kenne all die Möglichkeiten, die sich aus Hygiene Business ergeben. Da ich Unternehmer seit 2008 bin, kenne ich das an eigener Haut, all die Probleme, die bei angehenden Unternehmern aufkommen. Ich arbeite schon lange Zeit im Team, das diese Applikation geschaffen hat. Und dieses Angebot ist ein Top-Angebot auf dem Markt. Und natürlich all unsere Konkurrenten sind Lichtjahre entfernt von unserem Angebot. Sie können uns nur aus dem Fernglas beschauen. Aber wir können unsere App nicht verkaufen für 5000 Dollar. Überlegen Sie sich nur, wir sparen Ihre Mittel und wir geben Ihnen die Möglichkeit, sehr ruhig zu arbeiten. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, dass Sie sich mit Ihrem Business ganz normal beschäftigen. Sie erweitern Ihre Kunden Basis dank dem Umstand, dass Sie einmalig für ein Jahres Abonnement aufkommen. können. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, diese Applikation zu bezahlen mit der Summe, die einem Kaffee am Tag gleicht. Ich hoffe, Sie haben die Wertigkeit und den Wert unseres Projektes verstanden und ich denke, ich schaffe es Ihnen zu erklären, was finanzielle Unabhängigkeit bedeutet. Die nächste Folie, bitte. Für all die Menschen, die unsere Prüfung bereits bestanden haben, für diejenigen, die etwas gelernt haben, für diejenigen, die große Ergebnisse erzielen wollen, sollen Auszeichnungen vorgesehen werden, für ihre guten Leistungen. Fangen wir an mit dem vierten Preis. Der vierte Preis gilt für diejenigen, die 20 Registrierungen erreichen, 20 Firmen, die Abonnement bezahlt haben, 500 Punkte, es sind 100 Punkte, morgen um, Entschuldigung, 500 Punkte, die morgen in Eugen Token umgewandelt werden. Heute sind es nur Punkte, die zwar eine Bedeutung und eine Wertigkeit haben, aber die Bedeutung des vierten Preises besteht darin, dass sie dieses Ziel erreicht haben. 20 Firmen in zwei Wochen der Arbeit. Wer mehr will, wer ambitioniert eine Ziele sich steckt, finanzielle Freiheiten, für die habe ich in einer anderen Farbe etwas betont. Das ist auch ein Teil unserer vierten Stufe, aber das gibt unseren besten Menschen die Möglichkeit, eine nächste Ebene zu erreichen. Für alle 20 Firmen, die ihr Abonimo bezahlt haben, werden wir sie auszeichnen mit 100 Punkten UGT, bis sie 160 registrierte und bezahlte Firmen im Monat erreichen. Seit dem Moment des offiziellen Starts. Was bedeutet das? Damit sie den dritten Preis erreichen können, damit sie die Möglichkeit bekommen, ein Laptop von Apple zu gewinnen, bleiben die Bedienungen des Wettbewerbs in jedem Land unverändert. Wir müssen persönlich 160 Firmen und mehr in einem Monat registrieren, aber nur zwei Menschen, die diese Latte als erste erreichen, werden unsere Sieger sein und werden diese Preise bekommen. Alle anderen, die diesen dritten Preis nicht als erste erreichen, werden sowieso trotzdem belohnt. Und am Ende meiner Präsentation verstehen Sie, was der Vorteil unserer Punkte sein wird, unserer Punkte, die in U-GEN Token umgewandelt werden. Und was haben Sie von der Registrierung von 160 Firmen in einem Monat. Wie gesagt, der dritte Preis ist ein Apple Notebook und der zweite Preis ist eine prestigeträchtige Uhrenmarke Rolex für jedes Land. Sie müssen das Ziel erreichen, 500 und mehr registrierte und bezahlte Firmen innerhalb von drei Monaten. Und der erste Preis ist etwas Unglaubliches und Faszinierendes. Nie vorher hat unsere Firma solche Preise verlost. Für unser Projekt haben wir eine besondere Möglichkeit bekommen, eine besondere Möglichkeit erhalten, einen besonderen Preis. Wir werden in jedem Land die Person auszeichnen, die in sechs Monaten 1000 und mehr Firmen registriert und das bezahlte Jahresabonnement von denen erzielt. Für diese Verdienste um das Unternehmen werden wir unserem Sieger einen Maserati aushändigen. Wir werden ihre Arbeit erleichtern dadurch, dass wir jede Woche Webinare durchführen. Wir werden Veranstaltungen mit dem offiziellen Start verkünden. Sie haben im Amel einen Aas. Legen Sie Ihre Karten erstmal noch nicht offen. Wenn Sie Unternehmer zum offiziellen Start einladen, werden Sie dann erfahren, dass all das erreicht werden kann mit einem 50-prozentigen Preis Nachlass. Aber über den Preis Nachlass sollen Sie erfahren an dem konkreten Tag. Und diese Preisminderung wird gelten nur die ersten zwei Wochen nach dem offiziellen Start. Dann können wir unser Hygiene Business schon richtig starten. Es kommt nun die nächste Folge. Damit wir all den Menschen die schon verstanden haben was ich meine was ich meinte mit dem rot markierten Text wo die Möglichkeit steckt finanzielle Freiheiten zu erreichen beschlossen wir so einen Vorstart zu organisieren und eine Registrierung dementsprechende Menschen die unsere Prüfung bestanden haben können von der App Gebrauch machen und können die Registrierung von Unternehmern beginnen all das findet statt bereits in wenigen Wochen sie müssen immer Kontakt und Verbindung mit unserem Unternehmen halten denn wir tun unser Bestes ihnen ein fertiges Produkt zu geben das optimal arbeitet damit keiner technische Probleme nachher bekommt denn natürlich stehen wir vor dem Ziel vor der Herausforderung ein großes Ergebnis zu erzielen wir können uns keine Fehler erlauben keine Schwierigkeiten also seien Sie sicher der Vorstart ist schon bald da bitte die nächste Folie gut also wie ich bereits sagte habe ich selber die Prüfung bestanden und ich habe bereits all die Daten die all die Voraussetzungen die mir die Möglichkeit geben an unserem Projekt mitzuwirken ich muss entweder Konsultant sein oder ich muss mindestens 1000 Dollar haben an privaten Investitionen die Menschen die an unserer ersten Prüfung teilgenommen haben all diejenigen die auf der A Liste stehen bekommen ein Code von der Firma damit sie die App aktivieren können und damit sie den Unternehmen die Applikation YouGain Business anbieten können und nur so können sie teilnehmen an unserem Projekt gehen wir nun über zu der nächsten Folie und versuchen wir zu verstehen was passiert wenn einer den entsprechenden Code bekommt Kennwort bekommt also ich bin gut gekleidet ich bin ein echter Profi ich habe ein teures Produkt anzubieten das Produkt ist sehr viel wert meine Kleidung muss entsprechend aussehen und in meinem Kopf muss immer muss immer der Gedanke ziemlich klar zum Ausdruck in meinem Kopf müssen die Bedienungen unseres Wettbewerbs immer gut formuliert vorbereitet sein was passiert wenn ich meine Ziele erfülle wenn ich ein Abonnement für Eugen Business verkaufe also ich betrete die konkrete Einrichtung den konkreten Laden und versuche mein Produkt zu verkaufen wenn es mir gelingt dann habe ich meine Ziele erreicht die nächste Folie bitte im italienischen Chat im italienischen rum würde ich bitten dass Sie die Folie wechseln bitte überlegen Sie sich um meine Ziele zu erreichen oder für die Erreichung meiner Ziele habe ich schon 20 Verkäufe gemacht wir haben schon darüber gesprochen das Jahres Abonnement koste 300 Dollar und ich verdiene 15% übereinstimmend mit unserem Marketingplan warum weil ich bereits der Berater bin der Konsultant bin oder der Agent ich habe schon einen gewissen Grad an professioneller beruflicher Entwicklung erreicht durch den Aufbau meiner Struktur Sie können selbst die konkrete Zahl gerne ausrechnen die Sie verdienen können aber das Wichtigste Sie müssen verstehen nachdem Sie dieses erste Ziel erreicht haben oder hatten machen Sie einen ersten Schritt auf dem Weg zum passiven Einkommen lebenslänglich denn natürlich in diesen 20 Geschäften wird es eine Vielzahl von Kunden geben und auf der nächsten Folie sehen Sie Sie sehen dass sowohl Unternehmer es verstehen können bitte wechseln Sie die Folie der Unternehmer versteht dass die Applikation Business eine Möglichkeit bedeutet ein ständiges passives Einkommen zu zu bekommen dank dem direkten Verdienst von acht Einkaufsstätten sieben würden auch reichen aber die Zahl acht ist schöner ist wunder der Symbolik bedeutet eine Art immer eine Unendlichkeit Reichtum und gute finanzielle Situation bitte denken Sie daran dank dem direkten Verdienst von acht Läden haben Sie die Situation dass die Applikation sich selbst bezahlt ich habe sehr viele Freunde die Unternehmer sind was kostet es mich dass ich einfach mit denen spreche dass ich sie registriere und dass ich acht Abonnements acht Applikationen Hygiene Business verkaufe für mich ist das einfach denn ich bin selber Unternehmer gehen wir nun zur nächsten Folie über so bitte wechseln sie die Folie auch im italienischen chat im italienischen room unser Promoter sagt immer zu sich in Gedanken natürlich natürlich habe ich schon 20 Firmen die ich an das System angeschlossen habe aber für alle weiteren 20 Überweisungen wird mein Verdienst größer sein meine erste Linie wird wachsen und für die darauffolgenden 20 Anschlüsse bekomme ich je 100 Punkte in Hygiene Token deshalb werde ich meine Arbeit fortsetzen und zwar Tag für Tag denn als Ziel setze ich die Zahl von 160 persönlich registrierten Firmen in einem Monat wenn ich fleißig arbeite wenn ich so arbeite wie es sich gehört werde ich natürlich meine Ziele erreichen können wollen wir nun zu der nächsten Folie übergehen also ich denke an folgendes für alle darauf folgenden 20 Bezahlungen von der Firma bekomme ich 100 Punkte Hygiene Token die ersten 500 bekomme ich für die ersten 20 Firmen wenn ich mir das Ziel vornehme 160 Firmen in einem Monat abzudecken bekomme ich in einem Monat meine aktiven Arbeit 1200 Punkte in Hygiene Token ausgedrückt was bedeutet das wenn ich der Beste bin wenn ich der Erste werde oder sogar der Zweite dann verdiene ich bekomme ich noch zusätzlich als Preis als Belohnung einen Notebook ein Laptop von Apple wenn durch irgendeine unvorhergesehene Sache wenn durch Zeitmangel ich es verpasse der Erste oder der Zweite zu sein wenn ich 160 Firmen registriere bekomme ich allenfalls 1200 Token wenn ich mit der Prüfung gut fertig werde wenn ich zu 100% Prüfung bestehe bedeutet das dass ich noch zusätzlich 1000 Punkte Hygiene Token bekomme bitte lernen sie bitte nehmen sie Bildungsangebote in Anspruch als ich gestern mit der Personsprache wie ich schon erwähnte das ist ein Marketing Netzwerk Marketing Fachmann mit gigantischer Erfahrung er ist über 50 aber er sucht nach wie vor nach neuen Möglichkeiten was bedeutet das er hat bisher nicht verstanden wo der Unterschied liegt zwischen dem Verdienst hier und jetzt und einem seriösen Projekt das hier die Möglichkeit eines lebens langen passiven Einkommens sichert er hat diesen Unterschied bisher nicht kapiert die nächste Folie bitte wir warten bis die Folie sich gewechselt wird im italienischen Raum also lasst uns selber überlegen um ein Apple Notebook zu gewinnen müssen unsere Promoter folgende Ziele erreichen sie müssen 160 Firmen registrieren in der ersten Linie innerhalb des ersten Monats ich hoffe dass sie mich hier alle gut verstehen alle ganz genau verstehen aber nur zwei erste Promoter bekommen einen Preis alle anderen bekommen für die ersten 20 Firmen mit bezahlten Abonnement je 500 Eugen Token aber nicht nur für alle wir bemischten sie nochmal belohnen und wir möchten für sie einen zusätzlichen Stimulus organisieren für alle 20 bezahlte Kunden werden wir sie belohnen mit weiteren 100 Eugen Token ausstarten und so bis sie 160 Firmen erreichen die innerhalb eines Monats seit dem offiziellen Start erreicht haben also sie haben die Möglichkeit wie ich bereits sagte in der Phase des Vorstarts zu arbeiten und ihre Firmen in konkreten Bedienungen zu registrieren am Tag des offiziellen Starts werden alle von mir zur Präsentation eingeladen werden für sich die vielzähligen Optionen unserer Applikation entdecken und sie werden verstehen wo der Vorteil der Bezahlung mit Preisnachlass vorliegt ich glaube alle werden sich gleich registrieren und werden das bezahlen damit sie aber verstehen wo die Wichtigkeit und die Bedeutung unseres Projektes liegt versuchen wir eine folgende Überlegung hier plausibel zu machen 13.000 Menschen haben Prüfungen abgelegt 8.000 haben sehr gut abgeschnitten über 80% und sagen wir mal so 5.000 Promoter haben schon alle Eigenschaften alle Charakteristika um Zulassung zu unserem Projekt zu bekommen angenommen alle 5.000 Menschen werden ihr Bestes tun um sehr sehr fleißig zu arbeiten im Verlaufe des ersten Monats sie würden 160 Firmen bekommen die sich registrieren lassen und ihre Abonnements bezahlen wenn wir 5.000 mal 160 multiplizieren wir kommen auf 800.000 Firmen mit bezahltem Abonnement wenn wir nicht diese Möglichkeiten geben würden und wenn die Firmen 300 Dollar für das Abonnement bezahlen müssten würden sie aus meiner Sicht das trotzdem tun also hier sehen sie unter anderem die Berechnung für die Bezahlung des Abonnements ohne Preis Zugeständis überlegen sie sich nur wir können 240 Millionen US-Dollar erreichen voraussichtlich warum habe ich das geschrieben denn jeder von uns muss sich ein Ziel setzen persönlich 160 Firmen zu registrieren und wissen sie warum weil wenn jeder von uns die persönlichen Ziele erreicht so kommen 55% die in Verbindung mit dem Marketing ausbezahlt werden von 240 Millionen Dollar 132 Millionen US-Dollar ausmachen die ins Netz ausbezahlt werden in Form des Bonus hier habe ich auch ein Sternchen hinzu gesetzt und setzen Sie bitte das klein gedruckte das wird möglich sein wenn die geplanten Zahlen erreicht werden das heißt wir werden es schaffen 55% nach dem Marketing Plan zu verdienen außerdem wird die Höhe der Belohnung aufgrund von Qualifikation berechnet und gemäß Prozents Differenz Grundsatzes verteilt werden versuchen Sie zu wachsen den nächsten Rang zu erreichen die Laufbahn zu beschleunigen denn wir werden gigantische Zahlen erreichen die Karriereleiter sollten Sie besteigen schneller wir arbeiten Tag für Tag und Monat dafür um unsere Arbeit optimal zu gestalten denn 800.000 Firmen in einem Monat zu registrieren ist ein durchaus ambitioniertes Ziel und unser System muss ticken wie eine schweizerische Uhr das System muss ohne Reibungen und Fehler arbeiten wollen wir nun zur nächsten Folie übergehen Also angenommen ich bin aktuell einer der besten Promoter die oder der im Monat das geplante Ergebnis erreicht hat 160 Firmen mit bezahltem Abonnement und das habe ich geschafft sogar weniger als in einem Monat lasst uns sehen was ich dann verdiene also ich habe schon meinen Preis gewonnen das ist ein Notebook von Apple und wenn ich diese Berechnung irgendwann mache 160 Firmen mal 300 Dollar das sind 48.000 Dollar und ich bekomme eine 15 Prozent das heißt 7200 Dollar direkter Bonus aber sie haben noch im Hinterkopf sie können sich erinnern an die Folie zum Unternehmer der es feststellt dass er auch Infos über unsere Applikation teilen kann mit seinen Freunden Unternehmer und er kann acht Personen registrieren um nicht die eigene Applikation zu bezahlen sondern um daran kostenfrei zu kommen und das muss geprägt sein im Kopf eines jeden Unternehmers als Unternehmer sage ich ihnen jeder von uns von Geschäftsleuten will an etwas sparen im Kopf eines jeden Unternehmers gibt es immer diesen Gedanken Geld das ich gespart habe ist das Geld das ich verdient habe deshalb habe ich investiert in die Verbesserung meines Business wenn ich aber gleichzeitig irgendein System finde das mir es ermöglicht diese 300 Dollar zu sparen schalte ich sofort ein in die Arbeit und das ist ganz einfach nur acht Registrierungen müssen vorgenommen werden und jeder der Unternehmer kann es tun wenn wir 160 mal 8 multiplizieren kommen wir zu dem Betrag von bezahlten Abonnements im Wert von 384 1000 US Dollar und das ist eine indirekte Aktivität ich mache das nicht persönlich aber als Promoter verdiene ich 8% von diesem Betrag also dank meiner zweiten Linie kann ich einen zusätzlichen Bonus verdienen in Höhe von 30.720 US Dollar und das ist eine indirekte Aktivität es ist nicht die Arbeit die Sie in Person erledigen müssen die nächste Folie bitte diese Folie ist verbunden mit unserem ersten und ich möchte mit vollkommen Klarheit es sagen die Menschen die nicht den Unterschied sehen zwischen dem Verdienst heute und dem passiven Einkommen morgen also meine Frage besteht in folgendem was bist du in deinem Leben bist du derjenige der Eimer schleppt oder bist du derjenige der für dein Tagesbrot etwas verdient oder bist du derjenige der Brücken baut wer sich ein lebenslanges Einkommen sichert vielleicht kann man das über die Übersetzung schlecht verstehen aber das Konzept besteht folgendem der Mensch der einen Eimer voll Wasser schleppt trinkt dieses Wasser und das Wasser ist dann irgendwann alle und das betrifft die Menschen die heute darauf orientiert sind die Prüfung zu bestehen nur um Punkte zu bekommen die man morgen ausgeben würde und das sind alle es gibt aber eine Kehrseite der Medaille und es gibt eine andere Welt Anschauung der Mensch ein Profi der es gelernt hat zu 100% und der sein Netzwerk aufbaut 160 Firmen in einem Monat anschließt und er kann von diesem passiven Einkommen das ganze Leben lang leben natürlich kann er weiter arbeiten natürlich kann er seine passiven Einkommen nochmal vergrößern das sind die Menschen die den Erfolg erreichen ich möchte sie alle fragen zu welcher Kategorie von Menschen möchten sie sich zählen wollen sie Menschen sein wollen sie jemand sein der die einmal rum schleppt setzen sie mir eine eins im chat wenn sie ihr Leben lang einmal schleppen wollen oder schreiben sie mir eine zwei im chat wenn sie jemand sein wollen der die Aqueducke baut wer sich passives Einkommen sichert wer absolut frei im Sinn der Finanzen leben will ich sage immer das rechte Bild ist die Option Nummer zwei aber für das ganze Leben man will ein Profi sein man will ein Profi werden man will verdienen ohne dass man dabei große Arbeitsinvestitionen leistet ich erzähle warum jetzt warum ich jetzt diese Möglichkeit für mich auswähle nächste Folie bitte weil das eine unserer vier Boni ist das ist die Schaffung eines passiven Einkommens und das ist nur eine der Möglichkeiten können sie sich an das Beispiel erinnern das ich angeführt habe als ich über einen Australier sprach der kommt und in meinem Restaurant ist und gleichzeitig die U-Gain App herunter lädt dieser Mensch bleibt unser Kunde ungeachtet dessen dass er nach Australien zurückkehrt oder in ein anderes Land wo er zu Hause ist und in Australien wo er sein Geld auch ausgeben möge in unserem System von U-Gain in einem jeden Laden der an unser System weltweit angeschlossen ist für jeden Kauf den er tätigt durch eine Bankkarte die er angeschlossen hat an die U-Gain Applikation das mag eine Bankkarte sein von unserer Gesellschaft eben deshalb dauert es noch mit unserer Applikation weil wir auch die eigene Karte daran anschließen wollen unsere Bankkarte und selbst hier können wir verdienen bis hin zum fünften Level nach unten das werden kleine Tröpfchen sein in das Schwimmbad Schwimmbad in das Schwimmbad ihrer Einnahmen und in ihrer Tätigkeit wird das ein kleiner Tropfen sein irgendeine Kleinigkeit von ihrem konkreten Kunden aber das zusammengenommen gibt mir die Möglichkeit stets zu verdienen und ziemlich große Summen zu verdienen dank der Menge von Menschen die mit unserer Applikation arbeiten werden also die Kunden wollen natürlich auch ihr eigenes Netzwerk aufbauen sie kommen zu uns sie werden eine Schulung bekommen und sie werden unsere Promoter und das wird im dritten Bonus von unserer Applikation sein die nächste Folie bitte so der vierte Bonus wird bestehen im zusätzlichen Cashback sie werden Punkte bekommen die sie im Rahmen unseres Ökosystems verwenden werden das ist eine weitere Quelle von Zusatzeinnahmen und ich wiederhole in einem Monat der Arbeit setzen sie sich ein konkretes Ziel von 160 registrierten Firmen nachdem sie es gemacht haben können sie ein Apple Notebook bekommen 1200 UGAIN Token wenn sie unsere Prüfung bestehen bekommen sie noch 1000 Punkte auf Hygiene Token und da sind 2200 schon alles zusammengenommen wollen wir zu der nächsten Folie übergehen und ich kann meine Emotionen kaum zügeln sie werden nicht ruhig schlafen können denn sie werden tatsächlich tatsächlich eine Quelle haben wo sie ständig einen Geldregen genießen UGAIN ist das System das es möglich macht ihr Hirn von Schulden zu befreien wenn sie die Prüfung nur bestanden haben um diese zusätzlichen Punkte zu bekommen verstehen sie nichts wirklich von unserem Projekt wir wollen dass sie eine Denkweise und die Mentalität eines reichen Menschen bekommen der Mensch der 160 Firmen registrieren kann kann ein ständiges konstantes lebenslang andauerndes Einnahme andauernde Einnahmequelle sein ich möchte dass sie sich Gedanken machen hinsichtlich eines interessanten Moments ich sage jetzt als Unternehmer im Bereich Gastronomie aber diese Gedanken können wir durchaus ausweiten auf jede Dienstleistung oder auf jede Ware sogar von ihrem Standpunkt vom Standpunkt der Menschen die uns heute zuhören ist es in meinem Business so wie viele Menschen können in einem Monat vorbei kommen in meinem Restaurant und dort essen 10 20 500 1000 schreiben sie mir wie viel sie glauben wie viele Kunden könnten in einem Monat in meinem Restaurant bedient werden jemand schreibt 3000 jemand schreibt 4000 jemand schreibt 500 wissen sie als als wir oder wenn wir hochsaison erleben dann habe ich geländlich auch 4000 im Monat wie viele möchten von ihnen einen Preisnachlass bekommen wie viele glauben sie natürlich alle schreiben sie mir alle ja richtig natürlich klar aber ich möchte realistisch bleiben wollen wir niedrigere Zahlen als Berechnungsgrundlage nehmen angenommen ich habe 1000 Kunden im Monat das ist eine vollkommen realistische Zahl und wir wollen annehmen dass nur 100 Personen einen Rabatt bekommen wollen und der Rest wird nicht von dieser Chance Gebrauch machen nur 100 Personen wollen eine App herunterladen bitte rechnen sie das nochmal durch 160 Unternehmer die ich registriert habe also sie erinnern sich 160 Firmen im ersten Monat der Arbeit und angenommen im schlechtesten Fall nämlich je 100 Kunden die unsere Applikation heruntergeladen haben und einen Monat später sind das 16.000 Menschen und stellen Sie sich vor wenn das 1000 sind wenn jeder meiner Kunde von der App und vom Preisnachweis Gebrauch machen wollen dann addiere ich eine Null dazu und dann haben wir 160.000 Menschen die unsere Applikation heruntergeladen haben und sehen Sie 160.000 Menschen in einem Monat es sind vielleicht Touristen die ich nie im Leben sehen werde vielleicht sind das nicht meine ständigen Kunden vielleicht sind das Menschen die nur Obst Laden besuchen oder Gemüse Laden oder nur den Zahnarzt oder nur den Frisur die nie in Pizzerias essen aber Geld gerne für Elektrogeräte ausgeben Denken Sie nur daran von 160.000 Nutzern werden Sie kleine Trüpfchen genießen in Empfang nehmen sozusagen gut jetzt haben Sie verstanden wie groß das Potenzial der Arbeit in unserem Projekt ist ein großes Potenzial ein echter Profi zu sein und mit der Applikation Hygiene Business zu arbeiten ich bitte Sie nur um einen Monat Ihre Arbeit und ich bitte Sie Seien Sie gut mit sich selbst wenn Sie die Prüfung bestanden haben nur um den Punkt dazu bekommen ist es einfach so dass Sie sich über sich selbst lustig machen es ist ein Spott über sich selbst die nächste Folie bitte wir stehen vor den Zielen in den zehn Monaten eine Zahl von 90.000 Promotern zu erreichen über 50 Millionen Firmen und über drei Milliarden registrierte Nutzer weltweit also wenn wir einen Taschenrechner in die Hand nehmen verstehen Sie schnell dass wenn wir diese Zahlen und diese Ziffern uns vornehmen starten wir einen Mechanismus eines ständig funktionierenden Mottos starten und ich möchte aber dass Sie verstehen nur unter der Prämisse unter der Voraussetzung dass wir diese Zahlen erreichen nur unter diesen Konditionen kann Eugen Token zu einem sehr wichtigen Werkzeug werden überlegen wir das denken wir nun daran dass wir vielleicht mehr Zeit brauchen dafür vielleicht ein Jahr oder zwei oder vier ich habe mir Ziele vorgenommen und ich werde daran arbeiten ich werde verrückt sein gut aber die Menschen die mir glauben werden mit mir zusammen arbeiten und sie werden die Provisionszahlungen verdienen die sie soeben gesehen haben alle anderen können ruhig auf der Couch liegen und Fußball im Fernseher schauen also drei Milliarden Nutzer die dank unserer Plattform zum Beispiel fünf Dollar oder sieben Dollar tauschen oder zehn sie werden das Geld gegen Yugen Token tauschen und das bedeutet dass ich eine Anfrage haben werde auf Verkauf von meinen Yugen Token von drei Milliarden Nutzern drei Milliarden mal zehn und da habe ich Nachfrage nach 30 Milliarden Token Yugen Token also wie viel kann ein Yugen Token morgen wert sein mancher kann sagen ja vielleicht sind die Zahlen zu ambitioniert überhöht wir werden sie nie erreichen können aber lasst uns rechnen was wir erreichen können im ersten Monat unserer Arbeit und wir sagen 800.000 Firmen mal 100 Personen die sich unsere Applikation wünschen werden und zwar absolut kostenfrei vielleicht wird jemand sagen ja gut drei Milliarden Nutzer ist eine viel zu gigantische Zahl Drehzahlmesser nach unten sei vernünftig okay gut worst case 800.000 Firmen und wir erreichen diese Zahl nicht in einem Monat sondern in einer längeren Zeit innerhalb eines längeren Zeitraumes und diese Firmen teilen diese App nur mit 100 Kunden jeweils also wir gehen von realistischen Zahlen aus angenommen niemand will unsere Preisnachlässe nur 100 Personen haben zugesagt und allenfalls kommen wir auf die Zahl von 80 Millionen Menschen 80 Millionen Menschen 80 Millionen unsere Nutzer die zum Beispiel morgen nur 10 Dollar tauschen wollen gegen unsere Eugen Token also wir multiplizieren 80 mal 10 da kämen wir auf 800 Millionen und wenn das Verhältnis 1 zu 1 ist da werden wir in unserer Börse da müssen wir auf unserer Börse konstant 800 Millionen Eugen Token haben was steigert den Wert einer Kryptowährung auf dem Markt nämlich die Nachfrage aber besonders die Bewegungen unsere Geld Umsätze und Umtausch Aktionen zwischen den Nutzern wenn ich geboren werde in einer reichen Familie und wenn auf meinem Konto gleich eine Million Dollar liegen und wenn ich mit derselben Million Dollar diese Welt verlasse habe ich kein Wirtschaftswachstum generiert wenn ich 100 Dollar ausgebe um in irgendeinem Restaurant zu Abend zu essen muss der Besitzer dieses Restaurants für diese 100 Dollar Obst und Gemüse einkaufen der Verkäufer von Obst installiert sich ein Brackets System und bezahlt dafür den Zahnarzt der Zahnarzt kommt in meine Gaststätte und zahlt mir 100 Dollar für das Abendessen und so starten wir den Mechanismus des Wirtschaftskreislaufs in unserem UGEN Ökosystem können wir diese Kommunikationen zwischen Unternehmen und Kunden in zusätzliche Werte umwandeln wir werden dafür sorgen dass unsere UGEN Token Wert gewinnen wenn sie glauben dass sie auf ihrer Couch ruhig rumliegen und warten bis der Token am Wert zunimmt oder dass sie einen Anteil leisten am gesamten Erfolg dass sie wenigstens einen Monat arbeiten um diese zusätzliche Verdienste zu bekommen um den Wert ihrer vorhandenen Token zu steigern glauben sie nicht dass es so funktioniert aber wenn sie ein bisschen mitmachen können sie dafür sorgen dass eine gigantische Infrastruktur entsteht dass sie sich ein lebenslanges Einkommen sichern somit habe ich mein Webinar abgeschlossen ich möchte mich von ihnen verabschieden ich hoffe dass sie alle verstanden haben wie ambitioniert die Ziele sind die wir uns einstecken und ich möchte dass jeder von ihnen versteht wie wichtig es ist ein passives Einkommen zu haben und wie das ihnen die Möglichkeit gibt finanzielle Freiheit zu erreichen vielen herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit und ich warte auf sie auf der großen und wichtigen Veranstaltung auf der Konferenz GoPro die ihnen die Möglichkeit gewährt ihre Geschwindigkeiten zu steigern ihr persönliches Wachstum zu anzukurbeln und zu ihrer finanziellen Freiheit in kürzester Zeit zu kommen wir sehen uns bei dem nächsten Eugen Treffen und ich warte auf alle auf GoPro vielen Dank und viel Erfolg anzukurbeln